Das hier vorgestellte Produkt wurde mir kosten- und bedingungslos zur Verfügung gestellt. Der Inhalt spiegelt ausschließlich meine eigene Meinung wider. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Vor mir liegt mein heiß und innig geliebtes MacBook Pro aus dem Jahre 2016, mit den, ihr seht es hier an der Seite schon, beiden USB-C-Ports. Das ist also die Variante ohne Touchbar. Ich habe die euch auch schon mal in einem anderen Video vorgestellt. Darum soll es heute aber überhaupt gar nicht gehen, sondern um die Tatsache, dass aufgrund der Technologie, also der Weiterentwicklung und den eingesetzten USB-C-Ports meine ganze Standard-Peripherie, die ich so habe, ich sage mal ganz normale USB-Kabel, ich greife mal nach hinten, USB-Kabel, dann aber auch Netzwerkkabel bzw. HDMI von einem Monitor, SD-Karten, gerade als YouTuber hat man permanent eigentlich irgendwelche Dateien, die man von der Kamera irgendwie aufs MacBook ziehen möchte. Ja, und die bekommt man hier ganz einfach ohne weiteres nicht mehr rein, weil das gute Stück eben genau zwei USB-C-Ports hat und das war es. Die größere Modelle mit Touchbar haben dann vier USB-C-Ports, aber auch da keine SD-Karte, kein Monitoreingang, kein nichts in diese Richtung. Ja, und was bleibt da anderes übrig, als einen Adapter zu kaufen? Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe hier vor mir liegen einen Adapter. Ich glaube, man kann es nur falsch aussprechen. Der sich nennt oder der kommt von dem Hersteller Quack-Quack. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, hoffe ich mal. An der Stelle möchte ich dann der Fairness halber auch erwähnen, dass ich diesen Adapter von dem Hersteller kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber wie immer beeinflusst das mein Fazit oder mein Review hier in keiner Weise. Ich habe ihn auch schon vor einer Weile bekommen. Das heißt, ich habe Erfahrungen damit gesammelt, habe ihn schon in allen möglichen Konnektierungsformen eingesetzt und werde euch einfach so ein kleines bisschen berichten, wie er funktioniert, ob er funktioniert, beziehungsweise ob es Besonderheiten gibt, die ihr kennen solltet. Aber fangen wir mal vorne an. Das ist mir nämlich vor kurzem erst aufgefallen. Ihr bekommt hier dann, wenn ihr den bestellt bei Amazon, also ich packe euch den Link mal unten in die Videobeschreibung, dann bekommt ihr hier so eine schwarze Kartonage. Das Modell nennt sich GN30H. Ist auch so ein Bild drauf, sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Hier seht ihr auch schon, was alles dabei ist. Also ein Typ C-Hub, der natürlich für das neue MacBook funktioniert. Die Hersteller gibt aber auch an, dass es mit den Chromebooks genauso funktionieren soll. Auch anderen Geräten wie der Dell XPS-Linie, Asus Zenbook und so weiter kommen wir aber gleich nochmal zu. Das Schöne daran ist, den gibt es auch in verschiedenen Farben. Den gibt es also einmal in Rosé-Gold, Silber, Space Grey und Gold. Da ich das Modell Space Grey hier als MacBook gekauft habe, habe ich mich natürlich hier auch für die Variante Space Grey bei dem Adapter entschieden. Und ihr seht auch sehr schön, dass der Farbunterschied nahezu nie existent ist. Das heißt, für mich sieht das hier wirklich nach der gleichen Farbe aus. Mehr oder ja, würde ich schon sagen. Also gefällt mir optisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt gibt es natürlich Adapterlösungen, die man direkt einfach an die Seite in die USB-C-Ports einsteckt, so dass man dann eben keine Kabelverbindung mehr zwischen Adapter und MacBook hat. Also quasi direkt dran. Ich persönlich bin davon überhaupt gar kein Fan, weil ich da permanent Angst hätte, dass ich mir beim Hochheben des MacBooks oder Bewegen irgendwie diesen Adapter oder den USB-Port, den Stecker verbiege, rausreiße, was auch immer. Ich mag einfach so ein bisschen flexibles Kabel zwischen Notebook und Adapter, aber das ist meine persönliche Präferenz. Das könnt ihr natürlich für euch ganz anders beurteilen. Vielleicht vorab Fazit so viel. Das Teil funktioniert. Genau das, was beworben wird, klappt auch. Es gibt überhaupt nichts auszusetzen, bis auf die Tatsache, dass es vielleicht minimal warm wird, wobei minimal fast 43 Grad sind. Beschreibt der Hersteller aber auch in der Amazon-Beschreibung. Funktioniert tipptopp. Also es ist, ich sage mal, gut handwarm, wenn man es anfasst. Ja, das sollte man vielleicht wissen, aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ja, ich habe eben schon, beziehungsweise vorher ganz kurz über die Verpackung gesprochen. Das, was ich euch da noch zeigen wollte, ist, ich packe es mal aus. Dann bekommt ihr hier so eine schwarze Kartonage, wenn man die aufmacht, ist hier oben der Adapter drin. So, dann werft die, falls ihr den kauft, bitte nicht einfach weg, sondern macht das Ganze nochmal einen Schritt weiter auf. Und dann seht ihr nämlich, dass unten drunter noch eine kleine Tasche zum Vorschein kommt, um den Adapter auch transportieren zu können. Ich hätte das Ding schon fast in den Müll geworfen, bis mir aufgefallen ist, ah, Moment, da scheint noch was drin zu sein. Also macht den Fehler nicht, da ist noch eine Transporttasche drin. Ja, also das bekommt ihr dann auch noch dazu. Dieser GN30H Adapter hat erst einmal für mich eines der wichtigsten Features hier von dem Adapter überhaupt einen ordentlichen SD-Karten- und Mikro-SD-Karten-Slot. Ich habe hier einfach mal so eine handelsübliche SanDisk-Karte drin oder dabei. Ihr steckt die, so rum ist richtig, also das, so rum ist der Adapter quasi, das ist oben. Die Karte wird dann quasi in dieser Richtung hier einfach eingesteckt. Funktioniert einmal frei. Habe ich schon diverse Male-Dateien auf meinem MacBook mit kopiert. Das klappt. Oder da irgendwie Treiber zu installieren, einstecken, Plug-and-Play, überhaupt nichts beachten, einfach Daten runterkopieren. Dann ist noch ein Slot dabei für diese kleinen Mikro-SD-Karten. Das sind, ich habe hier Adapter, also das ist die Mikro-SD-Karte. Die kann dann direkt hier eingesteckt werden, gleiche Richtung. Dazu braucht ihr aber so ein bisschen spitze Fingernägel. So, jetzt seht ihr es, die Karte ist hier entsprechend drin, verschwindet auch optisch komplett da drin. Und wenn ihr wieder drauf drückt, dann wird die ausgeworfen. Aber, Hinweis, meine Fingernägel sind in der Regel sehr kurz. Dafür braucht ihr aber so ein bisschen Fingernägel auch. Auch der klappt einwandfrei. Habe ich entsprechend ausprobiert. Das ist also auf der linken Seite dran. Dann drehen wir den Adapter mal auf die Vorderseite. Da seht ihr, dass einmal ein Netzwerkanschluss, also RJ45, vorhanden ist. Da könnt ihr handelsübliche Netzwerkkabel einstecken. Ich nutze bei mir nach Möglichkeit kein WLAN. Einmal aus Security-Gründen, zum anderen aber auch aus Performance-Gründen. Und verkable ganz gerne meine MacBooks. Alleine schon, wenn ich große YouTube-Video-Dateimengen auf meinen Netzwerkspeicher kopiere, dann geht es über Kabel einfach bedeutend schneller, als wenn ich das über WLAN tun würde. Deswegen hier also die sehr schöne Möglichkeit, direkt in dem Adapter Netzwerkkabel zu betreiben. Funktioniert tadellos. Gibt es aus meiner Sicht keine Einschränkungen. Und dann hat man auf der Vorderseite noch die Möglichkeit, USB-C, also den USB-C-Port, der ja hier am MacBook dran ist, den ich ja verbrauche für den Adapter, den nochmal durchzuschleifen. Wichtige Info an der Stelle ist aber, dieser durchgeschliffene USB-C-Port ist wirklich nur für Strom da. Das heißt, wenn ihr hier euer Apple-Netzteil habt und mit dem Stromkabel, das könnt ihr hier einstecken und quasi über den Adapter euer MacBook dann auch laden. Dafür ist der optimiert und das funktioniert laut Hersteller einmal dann bei den MacBooks aus dem Jahre 2015 und 2016, also diesen 12-Zoll-Geräten mit einem USB-C-Port. Und auch mit den MacBook Pros 2016, 2017 und den Chromebooks aus dem Jahre 2016. Bei allen anderen Geräten, wo der Adapter grundsätzlich funktioniert, so sagt es auf jeden Fall die Amazon-Beschreibung, also dem Huawei MateBook zum Beispiel, Dell XPS, Asus ZenBook und Samsung Tab Pro, kann man den Adapter auch verwenden. Aber dann wird diese Ladeoption nicht durchgereicht und funktioniert nicht. So steht es auf jeden Fall auf der Amazon-Seite. Also, das könnt ihr nicht verwenden, um noch einen weiteren Monitor oder sowas anzuschließen, sondern wirklich nur zum Laden. Über Netzwerk haben wir ja bereits gesprochen. Ja, dann drehen wir es mal um. Wird nicht uninteressanter. Ihr habt hier dreimal USB 3.0 Ports dran. Also die ganz normalen Standard-USB-Ports. Hier, ich greife mal über mich, mache ein bisschen Krach, die Standard-Lightning-Kabel für die Handys aufzuladen, iPhones aufzuladen. Die passen hier einwandfrei rein. Ich glaube, 900 mA an Power liefert so ein USB-Anschluss maximal, glaube ich, gelesen zu haben. Alles, was ich angesteckt habe, hat hier tadellos funktioniert. Da direkt drei sozusagen in diesem USB-Hub drin. Und dann, ganz wichtig, der HDMI-Ausgang. Das heißt, ich betreibe mein MacBook direkt sogar mit zwei externen Monitoren. Das heißt, das MacBook-Display an sich ist immer zugeklappt. Und ich habe zwei externe Monitore da dran. Das sind in meinem Fall aber HDMI-Monitore mit Full-HD-Auflösung. Das heißt, keine 4K-Monitore. Und es ist so, dass dieser Adapter hier bis zu Full-HD, also 1080p, mit 60 Hertz liefern kann. Und wenn ihr hieran einen HDMI-Monitor in 4K schließt, dann kann ihr nur noch 30 Hertz liefern. Also, das heißt, mit 30 Hertz will man keinen Monitor betreiben. 4K-Video-Out, würde ich sagen, ist hier eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. Denn Adapter würde ich in der Tat nur empfehlen für Monitore dann bis Full-HD hoch. Aber diese Einschränkung haben im Übrigen sehr, sehr viele andere Hersteller-Adapter auch. Aber wie gesagt, das ist hier ganz einfach bei mir irrelevant, weil ich noch auf Full-HD arbeite. Irgendwann wird sich das ändern. Da muss ich mich nach einer anderen Lösung umgucken. Aber ja, so ist es eben so. Und das war es im Grunde auch. Das sind die Ports, die hier dran sind. Alles das, was man braucht, aus meiner Sicht dabei, wenn man unterwegs ist. Und ich bin viel unterwegs, auch mit meinem MacBook, dann habe ich nur noch genau einen Adapter, den ich mitnehmen muss. Und da ist alles dran, was ich brauche. Und dann auf der Rückseite eben der USB-C-Port, der in euer Notebook, schrägstrich MacBook in meinem Fall, reinkommt. Und der ist auch so verarbeitet, dass der hier schön feste drin sitzt. Also der wackelt nicht groß rum. Der sitzt genauso feste drin wie der USB-C-Stecker von dem originalen Netzteil auch. Also da hätte ich jetzt in keiner Form irgendeine Einschränkung mitbekommen. Ich habe jetzt gerade eben schon mal kurz erwähnt, ich habe hier so einen Thermometer vor mir liegen. Der ist natürlich jetzt ausgesteckt. Aber wenn der läuft und über einen längeren Zeitraum läuft, dann wird der maximal, habe ich gemessen, 43 Grad warm. Auf der Amazon-Seite steht, dass das keine Fehlfunktion ist, dass diese Adapter eben warm werden. Ich glaube sogar bis zu 50 Grad wird er angegeben. Bei mir ist bei 43 Grad Schluss. Das tut nicht weh. Man kann den auch problemfrei anfassen. Sollte man nur wissen, dass der eben etwas wärmer wird im Betrieb, damit man sich da ganz einfach nicht wundert. Ja, ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendetwas vergessen habe zu diesem Adapter. Ich glaube aber fast nicht. Ich habe noch aufgeschrieben, dass bei dem SD-Kartenleser die Geschwindigkeit der Übertragung 104 MB pro Sekunde beträgt. Das heißt, da könnt ihr eure Daten also auch ordentlich schnell auf euer Notebook runterkopieren. Ja, die Ports können auch, gerade die USB-Ports, mehrere gleichzeitig verwendet werden. Also nicht nur einer, sondern die können parallel quasi genutzt werden. Und ja, das war es im Prinzip. Ich lege es nochmal auf meine Hand, damit man die Größe mal sieht. Also ist kleiner als meine Handfläche und kommt wirklich super schick in einem schönen Aluminium-Design daher. Also fühlt sich nicht minderwertig an, ganz im Gegenteil. Bin hier wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, das soll es dann aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bin sehr gespannt auf euer Feedback unten in den Kommentaren. Würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ja, wie gesagt, den Adapter verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal.